Hallo und herzlich willkommen zu unserem News im August. Die folgenden Neuigkeiten gibt es am BSK. Wir haben gerade Semesterferien, doch damit ihr gut durch Sommerloch kommt, bieten wir euch das Sommerspezial an. Zwischen dem 7. August und 4. September könnt ihr einige unserer Selbststudienkurse zum Angebotspreis bestellen. Umso mehr Kurse ihr bestellt, desto günstiger wird das Ganze. Hier auf unserem YouTube-Kanal könnt ihr euch kostenlos eine Schnupperstunde anschauen. Außerdem könnt ihr euch auf unserer Homepage schon jetzt über die Seminare des kommenden Semesters informieren und natürlich auch anmelden. Das neue Seminarprospekt gibt es dann ab Mitte August. Vielleicht habt ihr unsere letzten Abendvorträge verpasst? Das macht nichts, denn während der Sommerferien könnt ihr die beiden Abendvorträge. Das war's, wenn Kinder sich von der Gemeinde verabschieden, von Albrecht Wandel und Gemeindearbeit, Menschen nah und Christus zentriert, von Dominik Kramer, hier auf unserem YouTube-Kanal anschauen. Im August werden wir auch mit einem neuen Format auf YouTube starten, BSK Inside. Dort bekommt ihr Einblicke in das Leben unserer Studierenden, Mitarbeiter, Unterstützer, Partner, Ehemaliger und so weiter. Das solltet ihr euch nicht entgehen lassen. Und am 25.8. kommt dann auch der letzte Teil der Themenreihe. Warum lässt Gott das alles zu? Von Dr. Markus Liebet. Der ein oder andere fragt sich vielleicht, wird das Jahresfest dieses Jahr stattfinden? Ich kann euch beruhigen, es wird stattfinden. Wie, ist zwar noch nicht ganz klar, aber wir halten euch auf jeden Fall auf dem Laufenden. Um auch in Zukunft unsere neuesten Videos nicht zu verpassen, abonniert einfach unseren Kanal. Ich verabschiede mich von euch und wünsche euch alles Gute. Die Gnade unseres Herrn Jesus sei mit euch.